Hallo und herzlich willkommen zur siebten Etappe der Volta a Portugal en bicicletta. Heute eine relativ flache, die aber dann auch ziemlich hügelig ist. Die Favoriten fürs heutige Rennen sind Magnus Cord Nielsen, der 24-jährige Däne, Daryl Impey, der 32-jährige Südafrikaner, Luca Mescetsch, 29 aus Slowenien, Michael Abasini aus der Schweiz, der 36-jährige, dann der 34-jährige Italiener Roberto Ferrari, der 22-jährige Junge Juan Sebastian Molano aus Kolumbien, der 22-jährige Simone Consolni aus Italien, dann Eduard Grosso, 24 Jahre aus Rumänien, Andrea Fedi, der 26-jährige Italiener, ist auch ein Favorit, genauso wie Nicolas Marini, 24 aus Italien, Samuel Caldera, der erste und einzige Portugiese in dieser Off-Lit, nee, stimmt nicht, der erste Portugiese in dieser Auflistung, 31 ist er, und der zweite ist Edgar Pinto, auch er ist 31 Jahre alt. Ja, wir sehen uns auf der Straße und ich würde sagen, bis gleich. Jo, und da sind wir auch schon. Nach einem kurzen Schnitt geht es hier weiter, also 180 Kilometer heute von Avero nach Viseu. Ich habe jetzt mal keinen Auserkorn aus meiner Mannschaft, der mit in die Ausreißergruppe soll, weil ich wüsste jetzt nicht wer, ehrlich gesagt. Alle haben eine schlechte Tagesform, außer Santa Romita und Zachary Dempster. Ich denke mal, daraus ergibt sich dann auch direkt mal die Taktik für heute. Wir gucken mal, wie es Ende ist, wenn es flach genug ist für Sprinter. Dann wird Dempster der Kapitän sein, sollte es zu anstrengend sein. Für Sprinter wird Santa Romita der Kapitän sein. Wir haben sechs Fahrer an der Spitze. Osschimek, Rodríguez, Doncel, Pereira, Andemexel und Sanchez sind die Führenden der Bestplatzierten. Ich gucke gerade mal, das müsste dann tatsächlich Andemexel sein aus Eritrea. Er ist 50. Aber es kommen noch zwei Fahrer hinzu. Dennoch bleibt es dabei. Castrakane und wer war der andere? Na, wo ist er hin? Hier, der Almeda, der war schon mal in einer Ausreißergruppe und das ist noch gar nicht lange her. Also, er versucht sie auch so ein bisschen unermüdlich, sozusagen. Ja, kurzer Blick auf die Gesamtwertung. Falls ihr es vergessen habt, man kann ja schon leicht durcheinander kommen bei so vielen Rennen auf einmal. Simon Yates führt dieses Rennen an vor Ivan Santa Romita und Daryl Impey. Ja, die Orica-Scott-Mannschaft ist hier sehr, 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 sehr dominant. Das muss man so sagen. Und ja, dementsprechend führen sie auch völlig logisch in der Teamwertung mit 8 Minuten Vorsprung dieses Rennen an. Also, die dominieren hier alles. Santa Romita hat schon viel versucht, ins gelbe Trikot zu fahren. Aber bislang völlig erfolglos, weil einfach dieses Team alle Angriffe sofort egalisiert hat. Und deshalb nicht einfach für Santa hier irgendwie weiter nach vorne zu kommen, ins gelbe Trikot. Aber mein Gott. Gegen Simon Yates darf man auch ruhig mal einen kürzeren ziehen. Mal schauen. Noch sind ja ein paar Tage. Da ist ja definitiv auch noch was drin. So muss man es ja auch mal sehen. Das ist ja nicht nur alles schlecht. So. Tschechien und Norwegen haben wir abgehakt. Die beiden Etappen, wenn ich mich nicht teuer... Ja, genau. Haben wir. Heißt also, wir haben schon 5 Etappen geschafft. Das heißt, wir haben noch 34 Rennen in dieser Saison, Leute. 34 Rennen in dieser Saison. Und dann wissen wir... Ja, dann wissen wir, ob wir aufsteigen oder ob nicht. Ich kann ja mal kurz einen Einblick darauf geben, was jetzt noch kommt. Also, wir fahren die Portugal-Rundfahrt, die Tschechien-Rundfahrt und das Artic Race of Norway fertig. Danach geht es weiter mit dem Ötztal-Proke. Ja, fick dich doch. Weißt du, ich stelle mich hier so drauf ein. Ja, chilliges Rennen, passiert ja nichts. Kann ich mal ein bisschen erzählen. Ja, am Arsch. Sturz im Hauptfeld. Massensturz im Hauptfeld. 7 Fahrer sind gerade vorne weg. Die hat der Sturz nicht erwischt. Nämlich Stroß aus der Slowakei. Plaza. Goyonece. Osorio, den Führer in der Bergwertung. Albacini, den Elften in der Gesamtwertung. Kalisdorf und Bohorquez. Und dann, ja, hier sind auch nochmal ein paar. Polank, Durbridge und Co. Die sind auch verschont geblieben. Auch da wieder Rebellin, Björn Thurau, Figueredo. Stefan Schumacher, Godoy. Die sind hier alle noch durchgekommen, so wie es aussieht. Aber wer ist jetzt gestürzt? Also bei uns einfach mal die komplette Mannschaft, wie ich gesehen habe. Jetzt kommt nochmal die Animation. Also tatsächlich, das komplette Team hat sich hier aus dem Maul gelegt. Wahnsinn. Und so wie es aussieht, Andreas Stauf scheint nicht weiterfahren zu können. Genauso wenig wie Edgar Pinto. Einer der Favoriten für heute. Machado da Silva sah auch erst so aus. Aber jetzt kann er weiterfahren. Wird das Rennen halt mit sehr, sehr großem Abstand dann beenden. So viel können wir schon mal sagen. So, und jetzt gibt es hier also den Zusammenschluss. Alles ist wieder beisammen. Und unsere Mannschaft wird jetzt versuchen, weiter vorzukommen. Hier ist Simon Yates auch eher gestürzt in diesem Rennen. Das ist natürlich für ihn nicht gut. Ich reiz mal diesen Zettel ab, von dem ich gerade vorlesen wollte. Entschuldigung. Mischeles Qualities. Weißt du, was ich meine? Oh Gott, ey. Also, ziemlich, ziemlich krasser Sturz hier im Hauptfeld. Ja, Andreas Stauf hat es nicht geschafft. Er gibt auf. Ist also raus. Ich hoffe, er hat sich nichts Schlimmes getan. Aber wir werden sehen. Ist auch, glaube ich, das erste Mal überhaupt in einem PCM-Let's Play. Na, nicht das erste Mal überhaupt. Ich erinnere mich da noch an schmerzliche Erfahrungen aus der Bayern-Rundfahrt. Aber eine der ersten Situationen, in der er einen Fahrer aufgibt, weil er gestürzt ist. Also, in diesem Fall hier Andreas Stauf, der das nicht mehr geschafft hat. So, wer passt eigentlich auf Santa Romita auf? Ist das Spengler? Ja, ist Spengler. Und wer hat auf The Dampser aufgepasst? Wahrscheinlich Stauf, so wie es hier aussieht, ne? So, okay. Ja, Schuster ist auch mit dabei. So, ähm, ja. Jedenfalls, ich wollte darüber reden. Also, nichts Schlimmeres passiert. Stauf ist halt jetzt ausgefallen. Das ist schade. Aber jetzt auch nicht wirklich tragisch. War ja eh kein Kapitän für dieses Rennen. Ähm, ja. Dann kommt der Ötztal Pro Classic. Ne? Danach. In Österreich. Also, auch wieder ein wichtiges Rennen für uns. Danach gibt es nochmal eine Aufteilung, sozusagen. Die Tour of Alberta beginnt. Im 1. September. Und Smorka, der hängt hier wohl so zwischen den Seilen, wie es aussieht. Aber alle wieder im Feld. Also, alles hat sich beruhigt. Dann gibt es die Tour of Alberta. Mit insgesamt, ich glaube, sechs Etappen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und die überschneidet sich so ein bisschen mit der Tour of Britain. Also, da werden wir auch wieder so ein bisschen einen Splitscreen-Modus machen müssen. Also, immer hin und her wechseln, wie ihr das ja jetzt mittlerweile schon kennt. Und wo ist eigentlich Lukas Spengler? Der passt ja toll auf. Super. Nicht. Und dann gibt es noch ein Rennen in Frankreich, ein Eintagesrennen. Ich habe mir hier nur Fumis aufgeschrieben, von daher weiß ich nicht. So, wenn das alles geschafft, noch nicht alles. Ne, die Tour of Britain geht dann weiter. Dann gibt es noch die Tour du Dupes, den Grand Prix Wallonie und auch den Münsterland Giro. Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter, Achtter, Neunter, Zehnter, Elfter, Zwölfter, Dreizehnter. Also, die Tour du Dupes wird noch mit der Great Britain-Rundfahrt sich überschneiden. Der Rest dann nicht mehr, aber ist ja auch egal. Dann gibt es also den Grand Prix de Wallonie, den Münsterland Giro, dann die Türkei-Rundfahrt und den Japan-GP. Also, es ist gar nicht mehr so viel eigentlich. Jetzt nur noch diesen Rennblock hier mit Tschechien, Portugal und Artic-Norway-Rundfahrt abschließen. Dann den Ötztal Pro Classic, dann die Alberta-Rundfahrt und die Britain-Rundfahrt. Ja, dann Gopri Wallonie-Münsterland und dann die Türkei-Rundfahrt und der Japan-GP beendet wieder mal die Saison. Also, es ist nicht mehr so lang. Es ist nicht mehr so viel zu fahren. Und schon relativ bald wissen wir, ob es klappt mit dem Aufstieg oder nicht. Bislang sieht es ja sehr, sehr gut aus. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Alles okay, soweit mit dem Vorhabenaufstieg. So wie es momentan aussieht, sollte das gar kein Problem werden. Aber man weiß halt nie, was noch kommt. So, ich glaube, das ist jetzt auch schon die letzte Etappe am heutigen Tag. Das ist ganz gut. Dann können wir nach der Etappe gleich gucken, was Andreas Stau für Verletzungen sich zugezogen hat. Ich hoffe, nichts Schlimmes, wie gesagt. Aber sicher sein kann man sich da halt nicht. Also, ich hätte ihn auch gerne mit zum Münster-Gio genommen zum Beispiel. Weiß nicht, ob er da gut in Form sein wird. Ich weiß jetzt nicht, wie die Planung da genau war. Aber mitgenommen hätte ich ihn auf jeden Fall gerne. So, sechs Fahrer haben wir noch an der Spitze. Donchel und Osimec oder Osimec, keine Ahnung, sind zurückgefallen aus der Ausreißergruppe. Und dahinter haben wir also das Hauptfeld, wo jetzt auch die ersten Fahrer so langsam rausfallen. Oh je, es waren einige. Komm, Starry, kannst du nochmal Getränke holen? Meinst du, dass es klappt? Ich bin gespannt. Dempster und Santaromita sind auf jeden Fall noch mit dabei. Relativ gut platziert. Also, das sieht alles noch sehr, sehr okay aus. Muss man sagen, was hier abgeht. Aber es ist halt auch kein einfaches Rennen. Also, man darf das hier nicht unterschätzen. Und ich glaube, kommt Dempster, beschützen wir Santaromita. Das ist mir alles zu unsicher. So, Starry versucht jetzt nach vorne zu fahren. Hat zwar eine schlechte Tagesform, aber ich traue es ihm zu. Der ist stark genug, dass er die Flaschen noch ganz nach vorne bringt zu Ivan Santaromita. Jetzt wird der nächste eingeholt. Das ist Pereira aus der Sporting-Lisabon-Mannschaft. Und jetzt kommt Casimiro. Der Angel von Casimiro, der will hier die Bergpunkte holen. Da muss er aber erstmal in dieser Gruppe vorbei, ob er das schafft. Wir werden sehen, warte mal, welche Bergpunkte eigentlich. Will der hier die Etappe gewinnen? Bizza-Bergpunkte? Da gibt es keine Bergpunkte, wie es aussieht. Aber scheinbar ist das ein Etappensieg-Angriff. Der möchte hier die Etappe holen, der Casimiro. Hat jetzt aber das selbe Problem, das wir auch schon so oft hatten. Nämlich die Mannschaft Oika Scott. Die da einfach überhaupt kein Interesse dran hat. Dass er jetzt diesen Etappensieg holt. Und jetzt sind es noch 24,6 Kilometer. Jetzt gibt es hier noch eine Sprintwertung. Die werden wir schön ignorieren. Weil sie uns nichts bringt. Da vorne sind zu viele Fahrer. Und vorne haben wir jetzt also eine 6-Mann-Spitzengruppe. Unter anderem mit Casimiro. Aber der scheint jetzt schon wieder platt zu sein. Alter, was ein Auftritt, ey. Greift hier so voll heldenhaft an. Und 2 Kilometer später ist er schon platt, oder was? Wie schwach. Kommt jetzt wieder dieses dumme Motivationslied. Jaja, kommt jetzt auch. Okay, das Motivationslied ist an. Ist es etwa Zeit für eine epische Fahrt von Ivan Santaromita? Ist es soweit? Der letzte Fahrer wird eingeholt. 20 Kilometer Marke heißt, dass... Ja. Das war es für Rodrigues, dem Portugiesen aus der Porto-Mannschaft. Und damit die Mannschaft OEK Scott wieder vorne. Wie immer kontrollieren sie das Rennen. Und es sieht so aus, als könnte niemand... Och Mann, Alter. Josef Stari stürzt. Hat wenigstens noch mal ein paar mitgerissen. Finde ich gut. Nein, natürlich finde ich das nicht gut. Aber Simon Yates ist noch vorne. Schauen wir mal an. Tunis ist auch noch mit dabei. Ja, Paredes, Del Pino. Okay, okay, okay. Ja, ich werde jetzt halt nur bedingt darauf Rücksicht nehmen können. Es tut mir sehr leid. Aber irgendwo ist es auch mal gut. Polank ist mit dabei. Ist auch gestürzt. Rebellin ist gestürzt. Figuredo habe ich auch schon gelesen. Also ein paar Leute sind hier doch zu Fall gekommen. Und die Mannschaft OEK Scott, die juckt das einfach nicht. Die fahren weiter hier in Stiefel. Dominieren das Rennen aller Sky. Und es ist noch 15,6 Kilometer bis ins Ziel. Sosa, der sechste Rui Sosa ist noch mit dabei. Bei Antunes, Del Pino, Turao, Kuboki und Checkin. Aus der Villiers-Triestina-Mannschaft. Nein, jetzt wird hier hinten die Aufholjagd vorbereitet. Hier ist der Olympi. Der ist auch gestürzt. Oh, der dritte in der Gesamtwertung hat sich also auch gelegt. Und die haben Polank jetzt wie gesagt auch hier hinten. Also das ist schon jetzt nicht einfach hier. 11 Kilometer noch zu fahren. Und OEK Scott, die machen halt wie gesagt jetzt einfach asozialerweise Tempo. Klar. So kurz vorm Ziel, da wartet halt keiner mehr auf irgendwen. Das ist klar. Das ist auch eigentlich schon auch realistisch. Das macht halt auch in echt keiner mehr. Bei so einem Rennen. Bei so einem Rennen. Bei so einer Rennkonstellation. 8 Kilometer noch. Kann Santa Romita heute wenigstens vielleicht die Etappe holen. Das wäre doch schon mal was. Oder gelingt ihm auch das nicht? Tagesform stimmt. Mit Dempster hat er zum Glück noch einen guten Helfer dabei. Die sind ja nicht gestürzt, die beiden. Das ist sehr, sehr gut. 5 Kilometer noch. 5 Kilometer Marke ist erreicht. 30 Fahrer ist die Gruppe jetzt groß. Groß so. Oh, da sind noch mal ein paar gute mit dazugekommen. Jetzt die letzten 3 Kilometer. Wollen wir es probieren mit einem Sprintzug? Wir können. Aber ob das was bringt, ist halt die andere Sache. Letzten 3 Kilometer jetzt. So, jetzt wird hier schon eifrig gesprintet. Santa, häng dich mal da drüben dran an Grosu. Ah, keine Chance, ne? Keine Chance. Santa Romita, das ist einfach kein Sprinter. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und damit, ah, das gibt es doch nicht, ey. Simon Yates sprintet mit seinem Teamkollegen Kurt Nielsen um die Wette. Das ist wie Training für die, ey. Es ist wie Training. Und wer holt sie es? Ja, Nielsen holt sie es. Simon Yates wird zweiter und dritter. Und auch Luca Mescic. Meine Güte, ey. Was eine Demonstration der Stärke. Elfter wird Santa Romita. Was willst du denn da machen? Jetzt mal ganz im Ernst, ey. Ah. Da kann er keine Chance. Keine Chance. Nicht mal den Hauch. Aber vielleicht hat sich ja trotzdem was in der Gesamtwertung getan. Alleine durch den Sturz. Jetzt kurz vor Ende. Ich glaube, Jan Pollanck hat es nicht rechtzeitig zurückgeschafft ins Feld. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir werden es gleich sehen. Genau dasselbe gilt natürlich auch für Daryl Impey. Hier sehen wir den Sprint. Ja. Ulker Scott mit einem Dreifach-Sieg. Gar kein Problem. Magnus Scott Nielsen holt sich den Sieg vor Simon Yates und Luca Mescic. Jetzt stand Samuel Caldera, Luke Durbridge, Amaro Antunes, Eduard Grosso, Matteo Busato, Kasu Shige, Kuboki und Iuri Filosi. Das war so die Top 10 beim heutigen Rennen. In der Gesamtwertung führt weiter in Simon Yates. Jetzt mit 22 Sekunden vor Santa Romita. Dann Daryl Impey, Antunes, Pollanck, Sousa, Duracek, Del Pino, Paredes und Michael Albacini. Bisschen was hat sich getan. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen was. Aber Jan Pollanck und Daryl Impey sind auf jeden Fall vorne drin geblieben. Von daher gibt es da keine Veränderung. Juan Felipe Osorio bleibt weiter ein führender in der Bergwertung. Glückwunsch an ihn dafür. In der Punktewertung führt Simon Yates vor Luke Durbridge und Amaro Antunes. Da haben wir die Nachwuchswertung. Dort führt ebenso Simon Yates vor Jan Pollanck und Wilma Paredes. Unter der Teamwertung führt weiter in Orica Scott vor UAE, Team Amiwades und Manzana Postobon. Austria Cars ist auf Rang 6. Ja. Wenig erfolgreiches Rennen für uns. Und jetzt können wir nochmal im Detail gucken, was hier passiert ist. Also das Santa Romita wird 11. Der Secretary Dempster ist 16. Und dann können wir mal gucken. Hier ist Duracek. So. Da kam Ferrari und so. Da kam Impey und Pollanck. Also die sind auf jeden Fall zeitgleich. Auch Rebellin ist zeitgleich. Auch Figueredo ist zeitgleich. So. Hier gab es jetzt einen Cut. Hier sind dann doch ein paar zurückgefallen. Auch hier dann die Gruppe mit Stari. Wie Jägers war glaube ich ziemlich weit vorne in der Gesamtwertung, wenn ich mich nicht täusche. Der ist dadurch natürlich heftig zurückgefallen. Ja und ich weiß nicht, wer noch so weit vorne war. Keine Ahnung. Edgar Pinto war glaube ich relativ weit vorne. Wenn ich mich nicht täusche. Der hat aufgeben müssen. Genauso wie Riccardo Valle und auch wie Andreas Stauf. Ja und damit haben wir diese Gesamtwertung. Ja. Für uns hat sich nicht viel getan. Neuer Tag. Das heißt wir erfahren jetzt, was mit Stauf passiert ist. Marco Mercato gewinnt erstmal die Etappe bei der Ping-Pang-Tour. So. Stauf hat sich die Hand gebrochen. Steht nicht wie lange er ausfällt. Das können wir aber nachgucken im Lazarett. Ende August wird er wieder da sein. Ja es geht ja. Gut, dass nur die Hand war. Und nicht irgendwas anderes. Boah ist am Hagen, ist momentan auch verletzt. Wird erst Ende September wieder da sein. So, so. Entschuldigung. Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das von dieser Etappe. Als nächstes sehen wir uns dann bei der Tschechien-Rundfahrt zur Flachetappe. Ich bin sehr gespannt, wie die ausgehen wird. Ich hoffe ihr auch. In diesem Sinne fürs Zuschauen. Blablabla. Tschüss.